Wir begrüßen die nächste Teilnehmerin von Nr. 49. Schiltz aus Würzenburg mit Frodo. Jetzt kommt der Schiltz aus Luxemburg. Das ist aus Frodo, gehört aus Frodo. Nr. 49. Schiltz aus Luxemburg auf Platz 8. 53,3 Strafpunkte aus der Nr. 50. Schiltz aus Luxemburg mit Frodo. 5. Schiltz aus Luxemburg mit Frodo. 6. Schiltz aus Luxemburg mit Frodo. 7. Schiltz aus Luxemburg. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.